Im neoliberalen Zeitalter ist alles verkürzt auf die aktuelle Erziehung einer höchstmöglichen Rendite, koste es, was es wolle. Wir arbeiten sehr, wie einige der Hitmen für die Mafia, weil wir die Regeln schreiben. Hier schreit auch keiner nach dem Staat, wie es von Selbsthilfe angesagt. Ich bin Senator Tony Lassuer, der Deputy Chief Minister des Irlandes Jersey. Ein perfektes Platz für Menschen, die Geld schlagen. Diese Straßenbahn gehört einem amerikanischen Investor. Privatisierung kommt von Privare und das heißt berauben. Es ist ziemlich möglich, dass dein Pension Fund investiert in einen unserer Funds. Spanien ist einer von den Ländern der Welt, wo die Immobilienbrüche ein intensiver Entwicklung hat. Eigentlich sind ja unsere Banken gar keine Banken mehr, sondern organisierte Spieler. Spieler. Es gab ein bekanntes Wort, der beste Zeit zu kaufen, wenn es Blut auf der Straße gibt. Fl fender. Flie 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 Flie